Das will ich sehen. Es darf da bitte einer klippen, das kommt dann zu Twitch Clips Germany. Du sagst, das kommt auf Twitch Clips, wenn sowas passiert? Wenn sowas passiert, ja. Bei so lustigen Geschichten, das kann gut passieren, ja. Ich habe ja auch dein Katzenmiauen eingereicht, aber leider ist es bis jetzt noch in keinem YouTube Video aufgetaucht. Das war eine Knuddelattacke. Ja, das darfst du klippen. Einmal klippen, ja. Das ist sowas von süß.